Was höre ich bestimmt im Coaching mit meinen Coaches? In jedem Coaching mindestens fünfmal. Wenn es ein halbes Jahr dauert, fünfmal. Wenn es ein ganzes Jahr dauert, mindestens zehnmal. Andreas, verdammt nochmal. Warum fällt es mir so schwer, mich an die Ernährung, gesunde Ernährungsvorgaben zu halten? Warum fällt es mir nicht so schwer, Sport zu betreiben? Was ist da so schwer an dieser Ernährung? Das ist unglaublich. Da tue ich mir so schwer. Das ist mit einer der häufigsten Bemerkungen meiner Coaches. Und die wollen natürlich auch eine Antwort haben. Und jetzt kriegst du natürlich auch die Antwort, die auch meine Coaches bekommen. Schau mal. Sport. Sport ist mit Spaß verknüpft. Also wenn wir Sport betreiben, ist immer irgendwie ein Spaßfaktor mit dabei. Bewegung macht den meisten Menschen, zumindest den meisten, es gibt natürlich auch welche No-Sports, die haben keinen Spaß dabei. Viele Menschen haben Bewegung, Spaß. Die gehen ins Fitnessstudio, die gehen laufen, die gehen Mountainbiken, die gehen squaschen, Tennis spielen, Volleyball spielen, was auch immer. Und haben an dieser Bewegung Spaß. Es ist auch in unseren Köpfen, zumindest bei den meisten Menschen, ist es verknüpft mit Spaß. Spaß haben. So, jetzt haben wir gegenüber dem Sport, der normalerweise so dreimal in der Woche stattfindet, haben wir eine Woche a sieben Tage mit, wenn es geht, zwischen 14 Mahlzeiten, wenn man nur 200 Tage isst, oder bis zu 21 Mahlzeiten pro Woche. Also, jetzt haben wir schon eine ganz andere Herausforderung. Dreimal Sport, einfache Entscheidung, jawohl, ich mache Sport, macht Spaß, ist mit Spaß verknüpft. So, jetzt kommt das Thema Ernährung. 21 Mahl pro Woche, sich so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht zu ernähren, für die maximale Performance über das Futter zu arbeiten, was hier oben reingeschoben wird. Jo, und jetzt müsst ihr mal überlegen, mit welcher Art von Essen ist Glück, tolles Leben, Lebensluxus verbunden. Sind das Dinge, die in der Regel gesund sind? Nein. Es sind meistens Dinge, wie zum Beispiel das Gläschen Wein, die zwei Gläser Wein, der schöne Braten mit einer schönen fetten Soße dabei, die schönen Spätzeln zum Beispiel für den Schwaben, oder auch für andere Nationalitäten hier in Deutschland, wo dann ihren Lieblingsspeise haben. Es sind immer Lieblingsspeisen, die sind sehr gehaltvoll, sehr Kohlehydratlastik, Energiebomben in Kombination mit Fett. Ja, die sind bei uns im Kopf verankert, Yes, wir haben Lebensfreude, der Lebensluxus ist da und alles andere, was eben nicht dahin tendiert, nicht Eis ist, nicht der fette Braten ist, nicht die Pizza ist, hat einen Status, es ist langweilig, es ist öde, es ist traurig, es ist fad, es schmeckt nicht. So, jetzt überlegen wir mal, wenn wir das so assoziieren, mit diesen Merkmalen versehen, macht dann das Spaß, jetzt überlegt ihr euch mal, 21 Mal die Woche muss ich hergehen, muss was machen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, wo mein Kopf verankert ist, will ich nicht, schmeckt nicht, ist nicht toll, mag ich nicht, bringt keinen Lebensluxus, ist langweilig, ist öde, ist fade. Macht das Spaß, hat man dazu einen Bezug, dass man sagt, ach, ich freue mich so, das ist ja so genial, endlich mal wieder Spinat zu essen und diesen Salat zu essen und dieses Gemüse. Nein, genau daran scheitert es ja, dass eben das Thema Essen nicht verknüpft ist, mit Spaß, vor allem das gesunde Essen, nicht verknüpft ist, mit Freizeitverhalten, sondern es ist mit Arbeit verbunden, das muss man ja auch noch zurichten, jetzt muss man sich mal überlegen, jetzt muss man auch noch kochen, wo gibt es denn sowas? Man muss sich auch noch in den Herd stellen, man muss noch einkaufen, alles müssen wir noch machen. Furchtbar. Und genau das ist der Punkt, warum dieses nicht funktioniert, warum die meisten Menschen damit nicht klarkommen, warum die meisten Menschen sagen, nein, gib mir halt eine Pizza, mach den Ofen aus, schieb sie rein, nein, ich bestelle mir halt irgendwo was, lass mir eine Pizza kommen, lass mir irgendein Fastfood-Zeug kommen, ich habe keinen Bock, Zeit zu investieren und vor allem das ganze gesunde Zeug schmeckt ja eh nicht. Und jetzt ist die große Frage, wie geht man dabei am besten vor? Ich glaube, jeder von euch weiß es, wie es ist, dass es natürlich, ja, so schnell was bestellen, ein Döner mit schönen fetten Fleisch drin, danach noch einen schönen Nachtisch, ein Ben & Cherries zum Beispiel, oder sonntags Brunchen, schön Weißbrot mit Lachs drauf, noch ein Hörnchen, noch ein Croissant und noch einen Orangensaft dazu und mittags eine Pizza und nachmittags noch ein Stückchen Kuchen und dann noch ein Gläschen Wein dazu, ja, das ist alles verknüpft mit, mir geht es ja so gut und das Dopamin knallt mir aus der Birne und alles andere ist ja so schlimm, sich gesund zu ernähren, ist ja so grausam, seinen so wertvollen Körper mit gesunden Sachen zu versorgen, ist ja schlimm, ist ja furchtbar, ist nicht mit Spaß verdümpft. Und jetzt finden wir mal den Fehler. Jetzt ist die große Frage, wie können wir das ändern? Fängt es vielleicht an mit der Bewertung des Essens? Genau damit fängt es an. Wenn du weiterhin deine gesunde Ernährung auch so praktizieren sollst, damit du gesund bleibst, damit du diesen wertvollen Körper, diesen wertvollen Geist, was du hast, am Leben erhältst, bis du 90 Jahre alt bist, damit du gesund alt wirst, dazu braucht es ein gewisses Grundinvestment an gesunden Rohstoffen. Wenn du das weiterhin als langweilig, als fad, als öde, als Nichtschmecken deklarierst in deinem Kopf und nur sagst die anderen Sachen, die ungesund sind, die nicht besonders gesund sind, die sind es besonders wertvoll, die sorgen für mein Lebensluxus, dann wirst du dauerhaft keine Chance haben. Es wird nicht funktionieren. Also, wo fängt es an? Es fängt wieder einmal zwischen den Ohren an. Und genau darum geht es ja. In meinen Beratungen denken die meisten Leute, ja, jetzt kommt der wieder und erzählt mir, was ich essen soll, jetzt kommt der wieder und erzählt mir, was ich trainieren soll. Das ist zwischenzeitlich der kleinste Aspekt, den ich tatsächlich behandle. Der größte Aspekt ist, mein Gott, warum denkst du so? Warum hast du so eine Einstellung zum Essen? Warum hast du so eine Einstellung zu gesundem Essen? Da geht erstmal darum, die Einstellung zu ändern. Dir erstmal klar zu machen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist. Du willst besser aussehen, du willst mehr Leistung haben, du willst erfolgreicher sein. Ja. Wie funktioniert das? Genau. Indem ich meinen Körper mit gesunden Sachen fütteren. Und wie gehe ich da am besten vor? Indem ich meine Glaubenssätze ändere, indem ich mein Mindset ändere, indem ich meine Einstellung dazu ändere. Das ist das, was funktioniert. Nur wenn wir das machen, werden wir auch Erfolg haben. Denn der Trainingsplan ist deutsch geschrieben, den kannst du lesen, das sind, du hast Zugriff auf bis zu, ach, 100 Rezepte in meinen Planungen insgesamt. Der Trainingsplan ist auf deutsch, du kriegst Videos dazu ausgespielt oder wenn du bei mir bist, dann filme ich dich sogar dabei, bei deinen Übungen. Das ist nicht die Herausforderung. Das ist nicht die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist da oben. Deine Denkvorgänge. Wie kommst du darauf, dass gesundes Essen öde ist? Wie kommst du darauf, dass gesundes Essen fade ist? Woher kommt das? Woher kommen diese Überzeugungen? Und dann gilt es natürlich auch, dein Motivationsmodell zu finden. Was ist dein Motivationsmodell? Die Waage. Die Waage ist kein gutes, dauerhaftes Motivationsmodell, weil die Waage macht nicht immer das, was du gern hättest. Wie wäre es denn, wenn wir ein ganz anderes Motivationsmodell für dich persönlich finden? Dein persönliches Motivationsmodell, warum du das tun sollst, da gibt es ganz viele Ideen, die verrate ich dir jetzt nicht. Die verrate ich jetzt nicht. Es sind so viele, da muss ich noch eine ganze Stunde ein Video machen. Das schaust du dir nicht an, da wird das ja langweilig. Das sind die Sachen, die ich dir verrate, wenn du im Coaching bist. Da gebe ich dir eine ganz klare Struktur, nicht nur im Coaching, sondern im Vorfeld, beim Erstberatungsgespräch, wo du buchen kannst, wo dich nichts kostet, kriegst du erstmal die richtige Information. Und dann kannst du entscheiden, habe ich das drauf, kann ich das? Werde ich das umsetzen? Bin ich in der Lage, das umzusetzen? Kann ich diesen Switch machen im Kopf? Kann ich mein Persönlichkeitsprofil ändern? Kann ich meine Glaubenssätze eliminieren und durch neue Glaubenssätze ersetzen? Und wenn du sagst, du kannst es nicht, dann zeige ich dir, dass du es kannst. Ja, daran wird es scheitern, wenn du das nicht machst, wenn du dein Persönlichkeitsprofil nicht änderst, wenn deine Verhaltensmuster nicht änderst, wenn du deine Glaubenssätze, die in deinem neuronalen Netzwerk verankert sind durch ganz alte Informationen, wenn du die nicht neu erschaffst, deine Glaubenssätze, wenn du sie nicht, dein neuronales Netzwerk, dein altes Überschreibst, neues aufbaust, mit den neuesten Informationen, die dein Motivationsmodell triggern, dann wird es nicht funktionieren. Und genau das ist meine Arbeit. Und genau aus diesem Grund, sprichst du da nicht mit deinem Personal Trainer, mit deinem Ernährungspartner, sondern du sprichst mit einem Performance Coach. Ein Performance Coach packt dich auf verschiedenen Ebenen. Und zwar, die erste wichtigste Ebene ist zwischen deinen Ohren, dein Mindset, deine Denkweise, deine Denkstrukturen, die dazu geführt haben, dass du letztendlich zugenommen hast, dass du letztendlich nicht mehr fit bist, nicht mehr erfunden, nicht mehr leistungsfähig, nicht mehr schlafen kannst, eine schlechte Performance hast. Da gilt es zu klären, zu gucken, warum, was waren die Auslöser. Das ist die Arbeit des Performance Coaches. Und der sorgt dafür, dass du in Zukunft einen neuen Mindset aufbaust, neue, überzeugende Glaubenssätze, und zwar rationale Glaubenssätze, keine irrationalen Glaubenssätze. Deine irrationalen Glaubenssätze, die werden zerlegt, die zerlegen wir gemeinsam. Das mache ich nicht alleine. Ich fordere dich zum Tanzen auf. Und werde die nötigen Informationen liefern, dass du deine eigenen irrationalen Kerngedanken, deine irrationalen Denkvorgänge, dass du die selber eliminieren kannst. Denn nur wenn du sie selber eliminiert hast, wenn ich es dir nicht vorgesungen habe und du hast es nur nachgeplappert, sondern wenn es durch deinen eigenen Filter geht, durch deine eigenen Denkvorgänge, erst dann wirst du natürlich Erfolg haben. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass du zwölf Wochen lang dich gesund ernährst und danach verfällst du wieder in den alten Verhaltensmustern. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du langfristig, langfristig, am besten für immer, das ist meine Aufgabe, am besten für immer, dafür sorgst, dass du den wichtigsten Menschen auf der Erde bist, bis du mit dem besten Essen, dem gesündesten Essen, mit viel Spaß, mit viel Spaß an der Bewegung, mit viel Spaß an der Leistung, mit viel Spaß an deiner Performance optimierst. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn du jetzt sagst, Andreas, machen wir. Aber ich mache das nicht selbst, weil ich kann das nicht, weil ich davon keine Ahnung habe, dann gebe ich dir natürlich völlig recht. Denn du solltest dich um dein Geschäft kümmern, um dein Business kümmern. Da kannst du viel mehr erreichen, wie wenn du jetzt anfängst, dir die ganzen Informationen als Netz zu ziehen. Da wirst du tausende von Informationen finden, du kannst sie nicht filtern. Es wird dir ultraschwer finden, genau die Informationen rauszufinden, die für dich gelten. Für dich, wie findest du dein persönliches Motivationsmodell? Wie geht das überhaupt? Was musst du da beachten? Was ist für dich die richtige Übung? Welche Art von Übung sollst du machen? Welche Ernährung ist für dich die richtige? Was sollst du essen? Welche Kalorien sollst du essen? Welche Glaubenssätze hattest du, die dafür gesorgt haben, dass du überhaupt erst da gelandet bist, wo du bist? Wie ändern wir die überhaupt? Was müssen wir dafür tun? Das ist meine Arbeit. Genau deswegen hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, Andreas, wo kann ich dich kontaktieren? Du findest, im Video oder unterhalb Video-Podcast findest du immer andreas-trienbacher.com Da gehst du rein, machst du Klick und dann geht ein Fenster auf und dann kannst du deinen unverbindlichen Erstberatungstermin buchen und wir werden dann gemeinsam strategisch vorgehen in der ersten Beratung, die dir nichts kostet und ich werde dir erklären, wie funktioniert das überhaupt? Was solltest du beachten? Hier gehen wir bei dir strategisch vor und du hast dann den Vorteil, das Wissen zu nutzen von über 30.000 erfolgreiche beratende Coaches in den letzten 33 Jahren. Du bekommst die Information, das Wissen von über 52 Außenweiterbildungen. Das ist dann alles für dich ganz alleine. Alle Fragen, die du hast zu diesem Thema sind beantwortet. Du hast die Antwort, du musst nie mehr darüber nachdenken. Klingt das nicht spannend für dich? Also für mich auf jeden Fall auch für dich, ne? So, jetzt bist du dran. Arme Termineintragen, wir sehen uns in Kürze. Bis dahin, mach's gut, bis dann, ciao, bye, bye.